Weissagung Weissagung bedeutet, dass man im Voraus etwas über die Zukunft sagt. Weissagen bedeutet Prophezeiung. Weissagen gibt es im Altdeutschen als Sevisagen, das heißt Weisesagen, Wahrsagen und Prophezeiung. Weiser heißt also Klug und Sagen, dass man etwas ausdrückt. Und etwas weises Sagen heißt dann letztlich auch für die Zukunft sagen. Und so bedeutet Weissagung eine Prophezeiung und eine Vorhersagung.